Heute nehmen wir euch in Stahlsund mit in die älteste Hafenkneipe Europas, zur Fähre. Ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Fremde. Ein Ort, in dem jeder willkommen und nicht lange alleine ist. Hier hat Hanni viele Jahre die Tradition aufrechterhalten, bevor sie vor einem Jahr von ihrer Tochter Frenzi abgelöst wurde. Jeden Abend um 19 Uhr tritt Stille ein, wenn Hanni die Glocke läutet. Ich glase jetzt für Frieden, Frohsinn und Zusammenhalt. Wir haben unseren Aufenthalt in Stahlsund extra um einen Tag verlängert, um Hanni und Steffen in der Taberna zu erleben. Sie erzählten uns die 700-jährige Geschichte des Hauses. Sie sprachen von ihren Besitzern, deren Kindern, eingebettet in die Weltgeschichte. Ein kurzweiliges Spektakel, das wir sehr genossen haben. Ich bin ein sehr guter Tag. 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 Ich bin ein sehr guter Tag.